Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute Laren Töchchen dafür, ich bin Dragonflight unterwegs und freue ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über ein Event erhalten können und zwar haben wir hier einmal das Spielzeug Herdstein und das ist ja ein weiteres Ruhestein Toy mit einem relativ coolen Effekt tatsächlich. Und dieses können wir erhalten während des 10. Jubiläums von Hearthstone. Das läuft jetzt vom 11. März 2024 bis zum 18. März 2024 und während der Zeit ist es so, dass hier jede volle Stunde einmal ein Boss spawnen kann bzw. ein Boss spawnen und zwar einmal wenn dann hier in Waltraken oben auf diesem Plateau oder dann einmal in Sturmwind. Halt, falscher Start in Sturmwind, ich glaube in SW ist es hier und dann gibt es noch den dritten Spot und zwar in Ogrimmar. Da soll es ein bisschen außerhalb sein, ich habe es mit dem Hordenschar ehrlich gesagt noch nicht gemacht, aber das sind die drei Spots. Es ist auch auf der Karte quasi markiert, wo der Boss kommt. Es ist dann quasi so, dass so ein Portalsymbol auf der Map ist, immer um dann halt 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. Und man hat dann 5 Minuten Zeit da hinzukommen und dann spawnt erst der Boss. Heißt, man kann die drei Spots einmal abschauen, welcher gerade an der Reihe ist. Das ist anscheinend dann immer dieselbe Reihenfolge, also wenn man da so ein bisschen drin ist, sieht man das. Unter anderem kann man natürlich auch im Tool nachgucken, was für ein Boss am Start ist. Da sind dann Gruppen drin für das Hearthstone-Event, ihr seht hier da Hearthstone-Event, also HS und dann Wall für Walldracken und dann 19 Uhr, da haben die meisten Leute das schon einmal reingeschrieben. Genau, kann man sich dann in der Gruppe anschließen, den Boss umhauen und mit einer, naja, kleinen Chance gibt es dann einmal das Toy. Es gibt noch ein paar weitere Items, unter anderem auch Mounds, Pets und einen Haufen Timwok. Wenn ihr euch für alles interessiert, ich habe auch schon mal ein Komplettübersichtsvideo erstellt, wo ich das Ganze ein bisschen vorgestellt habe. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Toy an. Gelernt habe ich es nämlich schon einmal, ich habe das nämlich auf dem Twink auch nochmal bekommen. Und ja, da würde ich sagen, jetzt gehen wir doch nochmal ein Stück raus, dass wir es besser sehen. Ah, also wir setzen das Toy ein und dann seht ihr, jetzt haben wir hier so ein Kasten mit einem Hearthstone-Symbol drauf und da ist dann einmal das Spielbrett drin mit den Karten und ja, ein Haufen Leuchteffekte. Jetzt habe ich es leider nicht rechtzeitig abgebrochen, dann wurden wir einmal weggeportet. Ich muss sagen, einer der coolsten Ruhesteine, die man einsetzen kann, hat auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Effekt. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr könnt dann, wenn ihr dieses Toy habt oder auch eins von den anderen Ruhestein-Toys, könnt ihr es so machen, dass ihr euren Ruhestein wegschmeißt und das Toy in die Leiste zieht. Und euch quasi damit immer portet, spart ihr euch quasi einen Slot im Inventar. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Toy-Guide. Ich habe, ich glaube so irgendwas, so um die 10 Tries habe ich, glaube ich, gebraucht bei dem Boss. Dann hatte ich das Toy, beziehungsweise auch fast alle anderen Sachen. Also es ging relativ zügig, die Drop-Chance scheint nicht so gering zu sein. Zusätzlich ist oder wird vermutet, dass man aktuell das erste Mal am Tag eine erhöhte Chance hat, ein Item zu kriegen. Und jede weitere Male ist die Chance zwar ein bisschen geringer, aber wie gesagt, ich habe alle Items, die man im Event bekommen konnte, an einem Tag gekriegt. Das heißt, ja, wenn ihr ein bisschen reinfarmt, dann geht es. Am Anfang des Events war noch ein Bug, da ist ein SW die ganze Zeit durchgehend, quasi auf verschiedensten Servern, das Portal aufgegangen und man konnte den Boss dann mehrmals töten. Mittlerweile hat bloß das gefixt, heißt, ihr müsst jetzt auf den normalen Weg farmen einmal die Stunde, aber auch das sollte machbar sein. Gut, sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die mir gerne in den Kommentaren und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao. Ja, bis dahin.